So, anderthalb Stunden vorbei, reicht ja glaube ich auch bei dem Wetter. Ich danke nochmal, dass ihr wirklich schon wieder so zahlreiche Schienen seid und hoffe, nächsten Samstag seid ihr auch da. Und jeder bringt einen weiteren mit, dann werden wir schon... Oh, da ist gerade 108 gekommen. Wohin bist du gesehen? Da! 108 ist gekommen! Fürs Protokoll! So, also jeder bringt nächste Woche noch einen mit, dann sind wir 216. Oh wow, ich hatte Mathe 5, das konnte ich noch. Ähm, was wollte ich noch sagen? Bleib gesund. Ich hasse diesen Spruch mittlerweile, ist das nicht komisch? Genau. Ähm, hiermit ist die Versammlung beendet. Und Herr Oberbürgermeister Eiskirch, wir warten noch auf Antwort! Bravo! 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 Vielen Dank.